Wo hast denn du die auf dieser Seite dann gesetzt? Ich glaube auch dazwischen. Ist ja natürlich egal. Also hierhin dann? Ja. Gibt's auch, ist so einigermaßen symmetrisch dann, ne? Hm. Wir produzieren wieder Kupferplatten. Oh mein Gott. Aber noch lange nicht genug, mein Freund. Noch lange nicht genug. Die Gestalten von Waden, die Gestalten von Waden? Da ganz oben auf dem Band werden welche produziert, da direkt vor der Betonproduktion. Oh, aber nicht viel. Hä? Also nicht so. Ja, weil ich gerade abgesammelt habe. Hier oben kommt kein Eisenerz mehr an, deshalb produziert er das auch nicht mehr. Was? Alles weggesammelt hier, fast. Das letzte Stückchen werde ich aber auch noch weg sammeln. Das würde mich mega aufregen, würden wir jetzt nur dieses, dieses Fitzel, der ist doch im Strom. Würden wir jetzt diesen Fitzel nicht absammeln, würde mich das mega aufregen, ehrlich gesagt. Mich nicht so. Na doch, das würde mich voll aufregen. So, ich brauche unbedingt einen tragbaren Versionsreaktor. Nein. Nein, ups. Möglicherweise habe ich hier die Verbindung gekappt. Dann haben wir einfach eine neue. Nein, ups. Das war auch doof. So. Noch ein neun Stück? Achso, das Kupfer hatte da noch gefehlt Kommt aber immer noch nicht genug an, ne? Nee Hold it Hasste Nies Kupfer Wir müssen die noch pimpen, die Generatoren hier. Ja, da haben wir mal nicht die Ressourcen für den Bug. Die haben wir nicht. Liegen da unten nicht noch ein paar Chips drin, blaue? Achso, ach doch, das kann sein. Geschwindigkeitsmodule. Nur einfache erstmal. Aber die grünen Chips kommen jetzt schon besser. Nicht perfekt, aber besser. Okay. Hä? Grün-rot? Wieso produzieren die nicht? Du hast es irgendwie... Du hast es gedreht, alles klar. Wir haben zwar erstmal nur Geschwindigkeitsmodule 1, aber das geht ja schon. Das wird schon was ausmachen. Ne, das wird dann... Ja, das macht schon was aus bei diesem... Müsste gleich sehen. Ich habe mal die Zufuhr zu dem Chip verdoppelt. Ne, das war die Zufuhr zu dem roten Fläschchen. Ja, aber so wie es aussieht, hättest du das gar nicht gebraucht. Guck mal, wie sich das da schon stapelt, ey. Awesome. Das könnte man theoretisch auch noch pimpen jetzt. Die rote Fläschchenproduktion. Aber da wir eh gerade keine Forschung haben, stapelt sich die da eh. Das einzige, was wir jetzt noch machen könnten, ist zu überlegen, ob wir nicht... Obwohl schnelle Fließbänder brauchen wir hier nicht, oder? Ne, ich glaube nicht. Wir wollen das ja so machen, dass das alles so auf Vorrat ist. Aber wir können schnellen Bänder unbedingt. Mal gucken. Gut. Abseits, die grünen Chips werden jetzt wieder produziert. Gut. Hier kommen jetzt auch eine Menge... Ja. Die müssen durchfließen bis nach hinten durch. Jawohl. Aber wenn die Menge hier ankommt an Platten, dann geht das auch bis nach hinten durch. Locker. Gesundheit. Entschuldigung. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Na, was war da denn? Warum ist das? Was ist da? Kommt nicht genug nach hinten durch. Stimmt. Vielleicht müssen wir da ein schnelles Laufbampen nutzen, oder? Ne. Das kommt ja eh nicht an. Ja doch, wenn wir die Kisten schneller entleeren. Hm. Ausprobieren. Alles ausprobieren. Schnell. Dann brauchen wir mal schnelle Fließbänder. Ich weiß ja nicht, ob das was damit zu tun hat. Ich meine, es liegt ja nicht an. Es kommt halt schon schneller nach hinten durch, ne? Ja, aber... Es ist ja nicht genug, er hat es da. Doch. In den Kisten ist genug drin. Und es arbeiten nur zwei, es arbeiten nur vier. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Wir haben ja eine Kisten. Ja, okay. Das könnte dann passen, ja. Dann könnte das vielleicht doch klappen, ja. Ja, 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 ja. Toi, jetzt spielen die alle Rainbow Six. Da brauche ich auch mal wieder ein paar neue Folgen von denen. Ja, könnte ich auch brauchen. Da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Heute ist die erste Folge Counter-Strike online gegangen. Und die dritte Folge Turm Oil. Counter-Strike? Nach ein paar Stunden hatten die schon sage und schreibe vier Aufrufe. Das ist in meiner Mikrowelt noch gar nicht mal so wenig. Nee, ist doch gut. Ja, scheint Interesse zu geben an diesen Sachen. Ich freue mich auch über jeden Zuschauer. Nur kann das jetzt auch gar keiner hören. Wo ist der Felsniper, wenn man ihn mal braucht, ne? Ja, wo sind meine vier Abonnenten? Okay, rote Zahn... äh... rote Fließbänder kosten ja auch gar nichts. Die kosten halt Fließbänder und Zahnräder. Davon haben wir on mass. Hier die Ecke ist noch nicht ganz korrekt. Warte ich aber nicht, wo... Hast du zuhörlich welche? Ja, 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 ja. Hier, hier und die Kurve. Und hier, hier, die Kurve. Und den Tunnel müssen wir noch machen. So, Fusionsreaktor. Yay! Schönes Gefühl, genügend Strom zu haben. Wow, jetzt müssen wir die Arme aber richtig rudern hier. Jetzt werden wir nur auf ein anderes Problem stoßen. Und zwar? Obwohl, vielleicht auch nicht. Boah, guck mal, die grünen Chips, ey, wie sie kommen. Boah, geil. Chips gassen. Das Potenzial unserer grünen Chips wird wieder voll ausgeschöpft, scheinbar. Ich hänge hier ja fest. Kommt immer nicht komplett alles durch. Okay, wir verbrauchen momentan wenige elektronische grünen Schaltkreise, also die grünen Chips. Vermutlich, weil wir keine hatten. Wenn man keine hat, kann man auch keine verbrauchen. Aber bei der minütlichen Produktion produzieren wir noch mehr als wir brauchen. Mal gucken. Abwarten. Auf jeden Fall wird das Erz jetzt richtig schnell hier hochgefördert. Ah, der Tunnel. Der Tunnel bremst das noch. Okay. Ich baue einen roten Tunnel. Oh. Zoom, zoom, zoom. Achso, nee, du hast es kurz. Der Tunnel hat das abgebremst, ja. Nee, du hattest es ja kurz getrennt. Ja, aus Versehen. Ich wollte eigentlich nur drüber bauen. So, gefällt mir das schon besser. Ja, mir auch. Fast keine Lücke, das ist gut. Ja. So, jetzt brauche ich noch die Lasergeschütze. Oh, nein. Wofür brauchst du die? Für meinen Anzug. Aber das braucht Batterien. Oh. Sag doch gleich, lass es sein. Nee, du sollst es ja auch haben. Aber, ich weiß nicht mehr, viel wichtiger. Ich brauche mir erst mal eine Waffe. Das wäre eine Möglichkeit, mein Freund. Grüne Chips stapeln sich hier schon, ne? Aber jetzt, das ging ganz schön schnell. Guck mal, die stapeln sich schon bis oben hin fast. Ja, ist gut. Boah, das ging aber dann richtig schnell. Okay. Okay. Was wollte ich bauen? Eine Waffe. Genau, eine Waffe. Brauchen wir noch blaue? Ach, nee. Quatsch, die kommen ja hier schon an. Denkfehler meinerseits. Danke. Worauf wartest du hier? Auf Batterien? Nee. Nicht wirklich warten. Ich habe gleich meine fünfte Laserkanone. Dann brauche ich Batterien nur noch für die Marktbatterien. Oder MK-Batterien halt. Dafür brauche ich zehn normale Batterien. Und die brauchen 50 Batterien. Also 50 kleine Batterien brauche ich. Oh Gott. Ja, das kriegt man hin. Achso, was brauche ich denn jetzt erst mal für die persönliche Laserverteidigung noch? Nur Stahlträger. Okay. Da habe ich fünf Laser in meinem Anzug. Ich habe keinen einzigen. Was baust du da oben hin für eine Fabrik? Was machst du hier schon wieder für eine Scheiße? Magic. Was soll das werden? Magic. Ich mag Magic nicht. Was zwackst du hier ab? Kunststoff? Nein. Ich habe es vergessen. Oh nein. Jetzt machst du diese schwulen Kapseln. Alter. Die werden unsere Ein-Mann-Armee. Ja, okay. Nicht. Ich finde das ja okay. Wir müssen ja immer hier alles soweit ausprobieren. Was geht. Was ist denn hier los, wo man harpert das denn hier? Gar nichts. Irgendwann haben wir diese Munition auch mal vorher produziert. Irgendwann. Aber jetzt wird es langsam richtig teuer, diese Kugelschaden zu höher zu machen. Ich vergesse immer wieder, wie wir das gemacht haben.